Musik Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer zu einem weiteren Time2Do Spezial. Heute ist es wirklich spezial. Ich habe schon viel gehört. Ihr wisst, bei 1200 Sendungen hat man schon viele Gäste da gehabt. Aber die Welt entwickelt sich weiter. Es gibt immer neue Erkenntnisse, immer Menschen, die mehr forschen. Unsere Computer tun dazu ihr Übriges. Sie lassen alles schneller geschehen. Das heißt, in den nächsten Jahren werden in kürzester Zeit immer mehr neue Erkenntnisse erworben werden, die uns Menschen weiterbringen können. Viele haben schon was gehört von Fußreflexzonen. Das kennt man aus der traditionellen chinesischen Medizin. Aber es geht noch viel weiter darüber hinaus. Zwei Gäste heute im Studio, die Verblüffendes mir erzählt haben und das geben wir gerne weiter. Ich begrüße bei mir herzlich willkommen Rita Behly, die Therapeutin und Laszlo Fehr, der Mediziner. Fange ich mit dir an Rita. Erzähl mir mal, wie du überhaupt zu dem Thema gekommen bist. Was hast du denn so gelernt? Wie war deine Ausbildung? Wie bist du zu dem Thema gekommen? Ich habe die Krankenschwestern Schule gemacht. Im Kloster habe ich das gemacht. Dann habe ich im Pflegeheim gearbeitet. Ich war gesundheitlich nicht so gut, also schlecht gesundheitlich. Und sie hat gesagt, ich soll einmal zu diesem Naturarzt gehen. Und dann bin ich gegangen zum Herr Dr. Fehr. Und durch seine Behandlungen und Therapien ist es mir besser geworden. Und so habe ich auch nachher dann die Stoffwechsel, Beeinflussung, Fußmassage, Fußsohlenmassage gelernt. Weil das eine Therapie ist, wo mir selber geholfen hat. Und so will ich den anderen Leuten auch helfen, dass es ihnen besser geht. Also das heißt, du hast es eben schon gesagt, Fußsohlenmassage. Also da geht es gar nicht um die klassischen Reflexzonen, die wir kennen aus der traditionellen chinesischen Medizin, sondern es geht um etwas ganz anderes. Was unterscheidet das denn? Du drückst nicht auf Punkte, wie wir das kennen bei den Reflexzonen, sondern du massierst ganze Bereiche. Verstehe ich das so richtig? Ja, das ist der Stoffwechsel, die Flussbereiche massieren und durch das beeinflussen wir den Stoffwechsel. Und das heißt, der Stoffwechsel, es wechselt umbauen, abbauen und Sauerstoff aufnehmen und weiter transportieren. Mhm, gerade die großen Problematiken, die heute gerade ältere Menschen treffen, dass ihr Blut weniger Sauerstoff transportiert, das Blut wird dicker, man ist nicht so achtsam auf die Ernährung, man ist ein Gewohnheitstier, isst immer das Gleiche und so, was auch nicht so gut ist. Und dann häuft sich das wahrscheinlich alles immer irgendwie an und plötzlich ist das Kind im Brunnen. Das heißt, unsere Verdauung und unsere anderen Systeme funktionieren nicht mehr so, wie sie eigentlich sollen. Ja. Jetzt fragen wir doch gerade mal den Laszlo. Laszlo, du hast dieses Verfahren irgendwann entwickelt. Was war denn für dich der Ansatz zu sagen, da muss es eine andere Lösung geben? Das ist ja jetzt nicht klassisch schulmedizinisch. Es ist vielleicht heute nicht klassisch schulmedizinisch. Aber die eigentlichen Bereiche vom Lymphsystem oder früher genannt Saugadersystem kennt man ja schon seit 200 Jahren, mindestens. Ja. Es ist natürlich so, dass mit der Zeit die Chirurgen mehr gefragt wurden und danach ging es natürlich dann weniger um Erkrankungen oder chronische Erkrankungen, was ja natürlich auch vorhanden ist. Besonders bei älteren Menschen, aber auch schon bei ganz Jungen, sogar bei Kleinkindern und Säuglingen. Du sprachst eben von dem Thema Lymphen. Lymphen, ja. Was sind die Lymphen überhaupt? Das Wort hört man immer. Es gibt auch Angebote, sehe ich, Lymphdrainagen machen und was weiß ich. Was sind die Lymphen denn und wozu haben wir die? Was machen die denn im Körper? Also die Lymphen, es heißt ja auf Deutsch übersetzt klares Wasser. Und dieses spezielle Wasser, in dem sind natürlich alle natürlichen, aufbauenden, abbauenden Mittel im Körper vorhanden, die dann durch das Kreislaufsystem dann via Bauchorgane weitergeleitet werden im ganzen Körper. Und auf diese Art sowohl eine Belebung wie auch Ausscheidung von Ablagerungen und sonstigen, auch zum Teil mechanischen Bereichen, dann funktioniert. Wie merke ich als Mensch denn, wenn mit meiner Funktion der Lymphen irgendwas nicht mehr stimmt? Wie äußert sich das körperlich? Wie spüre ich das? Es ist an und für sich zwar schwierig, das zu beantworten, weil jeder Mensch ist individuell. Aber am meisten ist es dann eruierbar, dass da irgendetwas nicht stimmt, wenn zum Beispiel mit dem Stuhlgang Schwierigkeiten da sind. Ganz wichtig, ja. Wenn mit dem Blutkreislauf Schwierigkeiten da sind, Migräne, Kopfweh, weil dann nicht eigentlich der Zufluss, sondern der Abfluss nicht richtig funktioniert. Aha. Und sehr viele Rücken- und Rückenmarksbeschwerden sind da verantwortlich für ein nicht gutes Funktionieren des Lymphsystems, was eigentlich aus dem mesenchymalen Bereich entstammt. Dankeschön für die Erklärung, denn für den Laien ist es natürlich immer schwierig, wenn er Worte hört, aber sie nicht zuordnen kann. Und vor allen Dingen müssen wir auch verstehen, dass es nicht immer so, wie es gerade der Dr. Fährer uns gesagt hat, natürlich, wenn mein Knie weh tut, muss es nicht unbedingt was mit dem Knie zu tun haben. Es kann ein Ausdruck sein für ein anderes Leiden. Deswegen wollen wir uns immer die Ursachen anschauen. Jetzt zeige ich Ihnen, liebe Zuschauer, mal so eine Grafik, die in der Unterlage, die mir Dr. Fährer gegeben hat, hier drin ist, dass wir einmal verstehen, um was es geht bei diesen Zonen. So, ich denke, Sie können das gut sehen, wenn die Kamera noch ein bisschen näher kommt. Das ist jetzt so ein Bild. Wir sehen jetzt schon, es unterscheidet sich gravierend vom Thema Fußreflexzonen. Hier sind es ganze Bereiche, die angegangen werden, um letztendlich den entsprechenden Gegenpol im Körper zu aktivieren oder in Gleichklang zu bringen, wie auch immer. Da sehen wir das noch einmal. Ich gehe mal eine Seite weiter, da gibt es noch ein zweites Bild dazu. So, darum geht es im Prinzip. Jetzt komme ich wieder zu dir. Rita, wie lange machst du dieses Thema denn schon mit dieser Art, die der Dr. Fähr erfunden hat oder weiterentwickelt hat, hat man im Vorgespräch gesagt, wie lange wendest du das schon an? Oh, schon über 30 Jahre. Oh, dann hast du ja eine lange Erfahrung. Ja. Wenn ich jetzt so auf deine Klienten komme, mit welchen Beschwerden kommen die denn zu dir? Also sie haben viele Beschwerden mit der Verdauung und sie haben dann auch kalte Füße, Gelenkbeschwerden. Dann haben wir vorher noch Gelenke, Blutkreislauf. Ja, kalte Füße. Genau, rheumatische Beschwerden. Rheumatische Beschwerden. Du hattest vorhin gesagt, Migräne. Migräne. Auch so ein Thema. Ja, Verstopfung, das gehört zu der Verdauung. Das scheint mir aber gar nicht so selten zu sein, dieses Verdauungsthema. Anna? Nein, das ist, wenn das Verdauungssystem gut arbeitet, dann arbeitet vieles andere dann auch schon besser. Und durch die Fußsohlenmassage kann man das System beeinflussen. Das heißt, es wird, kann man sagen, es wird wieder reaktiviert? Ja. Ja. Und was ist denn, manche Leute, wenn das Wort Lymphe fällt, sagen immer, ja meine Lymphen sind angeschwollen. Was bedeutet das, Laszlo? Wenn die Lymphe schwillt, die haben manchmal so Glollen am Hals oder unter den Achseln oder an den Leisten, wird es plötzlich dick. Was sagt uns dann der Körper? Da sagt uns der Körper, dass da etwas eingelagert wurde. Dass der Körper nicht verarbeiten kann im Moment. Und das sind ja eben diese speziellen Sachen, wo heute zu schnell dann auf Krebsdiagnostizid wird. Okay. Und dabei sind es natürliche Erscheinungen, aber im Moment kann der Körper diese Sachen nicht ganz verarbeiten, weil die Bereiche des mesenchymalen Zwischenzellenbereiche verstopft sind. Also das ist die Hauptursache von mir aus gesehen und es hat sich durch die letzten 45 Jahre auch so bestätigt. Das heißt, wenn wir nicht im Fluss sind, das hören die Zuschauer oft von mir, wir müssen im Fluss sein. Und vielleicht erinnern Sie sich an die Sendung vor ca. sogar zwei Jahren, wo es um Körpersäfte ging. Und da hat auch der Gast damals gesagt, wir müssen schauen, dass unsere Säfte im Fluss bleiben. Ja. Und das hat jetzt quasi Dr. Dr. Ferrer bestätigt und auch du weißt, dass wenn es da Stauungen gibt, gibt es Problemzonen im Körper, die dann anfangen zu reagieren. Richtig. Also bevor dann irgendwie operiert oder geschnitten wird, wäre immer die beste Lösung, es auf eine andere Art zu probieren, wie zum Beispiel über diese spezielle Fußsohlenmassage, die durch ihre Anwendung dann die jeweilige Zone im Körper, wenn ich nochmal auf dieses Schaubild, auf dieses Tolle da schaue, da stehen jetzt zum Beispiel da, wo die am Fuß hier vorne, wo die Fußballen sind, da steht jetzt daneben, Hals ist am Zeh oben und dann ist hier Schulter. Ja. Bedeutet, um das zu erklären, wenn ich jetzt ständig Verspannungen und Schmerzen im Schulterbereich habe. Was macht man? Man geht normalerweise zum Arzt. Das Erste, was der Arzt dich fragt, haben Sie sich überlastet? Ich habe viel Sport gemacht oder ich mache das ganze Leben nichts, plötzlich tue ich zwei, drei Tage im Garten arbeiten wie ein Wilder, dann fängt natürlich alles an zu Schmerzen, Muskelschmerzen und alles, wenn ich es nicht benutzt habe. Wenn jetzt solche Schmerzen ohne Überlastungspunkt auftauchen, welche Ursache kann das denn haben? Ist das dann, dass die Lymphe uns zeigt, dass in einem Bereich was nicht in Ordnung ist und ruft dann diesen Schmerz hervor? Das ist richtig so. Und es ist natürlich zu beachten da, dass es nicht nur Lymphknoten gibt, sondern auch Lymphkapillaren. Und wenn man jetzt von der Schulter lädt, also Humerus capillaris zum Beispiel in diesem Bereich, dann ist eine Arthritis ja vielleicht ja gar nicht vorhanden, weil das würde bedeuten, dass der Hyalinerknorpel eben befallen ist, sondern es ist eine Polyarthritis. Und die Polyarthritis ist ja die Knochenhaut. Und in diesem Knochenhaut, was zuerst auftritt mit den Schmerzen, vor allem wird es dann mit Rheumamitteln bearbeitet, was eigentlich nicht ganz richtig ist, kann dann passieren, dass durch zusätzliche Stauungen eben dann diese Hyalinerknorpel von den Gelenkköpfen, das ist nicht nur in der Schulter, sondern auch anderswo, dann tätig werden und so die Abnutzung vergrössert wird. Aha. Das heißt, ich arbeite also kontraproduktiv, je mehr ich dann mich bewege und dann viele machen ja dann auch noch einen riesen Fehler und meinen, sie müssen Sport machen, dann wird alles besser und schaden sich dann noch mehr durch übertriebene Bewegung bei Ablagerungen in den Gelenken. Weil vor kurzem sagte mir einer, wenn du das dann machst, dann reibst du dir deine Knorpelschicht noch mehr runter und dann wird das Problem noch viel größer. Ja. Zurück mal zu dir in die Praxis wieder, Rita. Wenn ich jetzt zu dir mit so einer Beschwerde komme, in irgendeiner Art der eben genannten, wie lange dauert eine Behandlung? Ist die Erstbehandlung anders wie die folgenden oder wie funktioniert das? Also ich würde sagen sechs bis acht Behandlungen am Anfang einmal in der Woche und dann gibt es nach der Fußsohlenmassage eine Reaktion darauf. Ah, das heißt der Körper reagiert dann? Reagiert darauf. Das heißt, du hast mit deinen Fingern diese Punkte im Körper so lange angesprochen, bis sie Antwort geben? Das sind nicht Punkte, das sind Bereiche, die ich massiere an der Fußsohle. Und das ist ja, dann gibt es zum Beispiel jetzt bei der Schulter, haben wir jetzt gesprochen, dann bekommt er ja am anderen Tag oder zwei Tage, dass er dann einen Schmerz bekommt, aber der ist ähnlich wie der frühere Schmerz. Er ist nicht dasselbe und doch fast dasselbe. Aber der Patient merkt dann schon, er sagt mir dann beim zweiten Mal, ja es war so und dann ist es dann weniger und mit jeder Therapie wird es dann weniger, der Schmerz wird immer weniger. Das heißt der Heilungsprozess hat begonnen, das Stoffwechsel produziert, transportiert Sauerstoff, Vitaminen, Spurenelemente und alles was den braucht am Ort und dann fängt der Heilungsprozess an und es wird besser. Heißt aber dann natürlich im Einklang mit genügend Wasser im Körper. Ja, das auch, ja. Da achtest du natürlich immer drauf bei den Leuten. Genug auch trinken, ja. Genau. Anderhalben Liter bis zwei sollte man trinken. Sehr schön. Und dann wird nicht nur das besser, sondern das allgemeine Befinden wird auch besser. Man fühlt sich besser und das bekommt man zurück, wenn man die Körperfunktionen aktiviert. Bei so einer Aktivierung, Laszlo, ist das seit langem klar, welcher Bereich an den Füßen, welchem Organ oder welchem Bereich im Körper Zug zu ordnen ist? Hat man diese Erkenntnisse aus der Akupunktur gewonnen oder lagen da neue Erkenntnisse zugrunde? Nein, da waren schon mehr als 100 Jahre, war diese Erkenntnis da. Und interessanterweise war das seinerzeit in der K&K-Zeit in Ungarn. Interessanterweise deshalb, weil ich auch einer bin. Aber eigentlich stelle ich ja nicht auf diese Bereiche ab, sondern auf neuere medizinische Erkenntnisse. Und die besagen ja im Großen und Ganzen, was ich auch hier in diesem Skriptum dann dargelegt habe, zum Beispiel dieser Mesenkym Baum, der von einem deutschen Professor Schmidt in Aschaffenburg 1984 an einem Kongress vorgebracht hat, was eigentlich identisch war mit meinen eigenen Erkenntnissen. Das habe ich da auch eingebracht. Und das ist natürlich auch interessant, dass damals behandelt worden ist in diese Richtung. Wenn ich, was ich auch beschrieben habe, der Letzte, der sich darum interessiert hat, der Dr. Bischinger von Wien, von der Bischko-Schule, hat ja das Urmor beschrieben, was ja eigentlich das Mesenkym an sich betrifft. Und in diesem Sinne war das natürlich dann auch sehr gut möglich, all das nachzuvollziehen, was ich vorher schon selber herausgefunden habe. Ah, okay. So kann man immer von bestehenden Erkenntnissen durch eigene Forschungen, eigene Erfahrungen jedes Thema weiterentwickeln. Richtig. Jetzt haben wir eben gehört, dass nach der Massage dieser Schmerz auf etwas andere Art wiederkommt. Ist das zu vergleichen mit dem, was ich oft höre mit der sogenannten Erstverschlimmerung, die am Anfang noch einmal diese ganzen Symptome hochtreibt, um dann diesen Heilungsprozess einzugehen, dass das Stück für Stück reduziert wird? Ist das normal? Es ist normal und ist auch zu vergleichen mit der homöopathischen Wirkungsweise. Ähnliches mit Ähnlichem dort bei der Homöopathie. Weil da gibt es auch diese Reaktionen drauf, auf diese bestimmten, es sind Medikamente, es sind nicht Placebo, wie das viel behauptet wird. Und dies ist auch schon bewiesen von Japanern. Und auch kann eruiert werden, wie das überhaupt funktioniert. Und es ist schade, dass in diese Richtung nicht mehr Beachtung von der Medizin gebracht wird. Dankeschön, Lasto. Rita, du sagtest eben, es sind eine Behandlung pro Woche, im Schnitt sechs bis acht Behandlungen. Sind dann die Beschwerden weg forever oder kommen die wieder oder ist es nur teilweise gelindert? Wie sind deine Erfahrungen? Also es sind, also die ersten zwei, drei Mal schon, einmal in der Woche, aber nachher dann wieder längere Zeit, zwei, drei Wochen. Und dann, wenn man zu viel wieder arbeitet, dann spürt man es dann schon, aber dann ist das schneller dann weg, der Schmerz. Ja, das heißt, wenn du dich nach wie vor überbelastest, dann reagiert dein Körper. Ja, weil das ist eine schwache Stelle. Genau, muss er ja. Ja? Ja genau, Schwachstelle. Ja. Und wenn jetzt Menschen, die irgendeine Problematik haben und sage ich mal gerade das Thema Verdauung, wenn die zu dir kommen, das schmerzt ja nicht. Verdauung ist ja meistens mit Unwohlsein in Verbindung zu bringen oder mit Lichtblähung. Nur alle drei, vier Tage Stuhlgang oder solche Dinge. Also der Darm funktioniert nicht so, wie er funktionieren soll. Wenn du dort deine Fußsohlenmassage ansetzt, wie sind da denn die Reaktionen? Da könnte es sein, dass es zum Beispiel Durchfall gibt, dass es dann der Körper Gifte ausscheidet, was zu lange im Körper ist. Und nachher arbeitet er dann auch viel besser und durch das fühlt der Patient sich auch besser. Ich lese immer wieder, dass im Moment gerade das Thema Darmkrebs unheimliche Zuwächse hat. Also wir haben im letzten Jahr eine Statistik bekommen, dass das von 2015 auf 16 30 Prozent Zunahme der Darmkrebserkrankungen. Ist das ein Thema? Ich meine, als Mediziner, man sagte mir mal, das Schlimmste, was es gibt, ist nur alle paar Tage mal Stuhlgang zu haben, weil diese Gifte im Darm die ganzen Bakterien zerstören und sich immer mehr ausbreiten. Somit verliert der Darm seine Funktion, die Zotten verkleben und es wird nur noch durchgeschoben. Meistens, jetzt kommt ein zweiter Punkt dazu, die Asiaten und die Araber sagen mir immer, die sogenannten zivilisierten, ich sag's mal so gerade raus, liebe Zuschauer, wir kacken falsch. Er sagt, ihr sitzt auf einem Stuhl, wenn ihr in die arabischen Länder schaut, die haben zwei Füße auf so Trappern und sitzen in den Knien. Also mit dem Hintern fast am Boden. Und er sagt, was ist das? Somit wird der Enddarm zusammengedrückt, dass er sich entleeren kann. Wenn du so auf dem Klo sitzt, entleert sich das letzte Stück vom Enddarm nicht mehr, weil es nicht zusammengedrückt wird. Und dann hieß es, dass die meiste Darmkrebsgefahr im Enddarm beginnt. Und das würde diese These ja unterstreichen. Also es beginnt ja nicht eigentlich im Enddarm. Es beginnt schon bereits im Dünndarm. Morbus Crohn zum Beispiel ist eine sehr fortschreitende Erkrankung, wie du das vorhin gesagt hast. Und es fängt eigentlich schon da an. Weil es bringt dann diese Parasiten, die im Darm wirken, und durch die denaturierten Nahrungsmittel, bringt es natürlich dann in den Bereich, durch die Zirkalklappe, in den aufgehenden Dickdarm. Und der aufgehende Dickdarm ist darauf spezialisiert, dass es Säfte sowohl angereichert bekommt und weiterbefördert in den Querdarm, wo dann die Gase verarbeitet werden und schlussendlich dann bei dem abgehenden Dickdarm bis zum Sigmoid, also S-Darm, sich dann hinunterarbeiten und dort der Rest vom Verwertbaren aus der Nahrung dann entzogen wird. Diese Flüssigkeiten werden dann zugeführt den verschiedenen Bereichen, zum Beispiel dem Darmgeflecht. Und von da aus wird es via Vasomotorik, das ist der neurale Bereich vom Verdauungssystem, weitergereitet über das Portadersystem zur Leber, Bauchspeicheldrüse, Milz, Nieren mit der Ausscheidung, die aber durch zu hohe Belastungen, durch was für welche Schwermetall oder parasitären Befall dann nicht mehr so funktionieren können, wie wir uns das vorstellen. Also wir sehen, es gibt viele Faktoren, die unsere Verdauung in Ungleichgewicht bringen. Das können psychische Belastungen sein, das kann falsche oder minderwertige Nahrung sein. Also es können Infektionen sein, die wir uns mit irgendwas holen. Ich sage immer, ich warne vor rohem Fleisch, weil da gibt es die dollsten Dinge, gerade Hackfleisch, ganz, ganz gefährliche Geschichte. Und viele essen ja diese Hackbrötchen mit rohem Fleisch drauf. Und das sind Dinge, die uns sehr, sehr schaden können. Aber wir haben dank euch und besonders dank dir natürlich in deiner Praxis in Graubünden, wenn wir zu sagen, eine Möglichkeit, unsere Verdauung durch diese Fußsohlenmassage, die auf die Lymphe Einfluss nimmt, die auf die ganzen Säfte und die Motorik Einfluss nimmt, das wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Ins Gleichgewicht und durch das ist ein Wohlbefinden da. Mhm. Jetzt, wir dürfen das sagen, weil wir haben das Werbesendung eingeblendet, deswegen dürfen wir dich auch fragen, was kostet so eine Behandlung? Wenn ich jetzt bei dir bin und du sagst, ich muss sechs bis acht Mal kommen, dann muss ich ja ungefähr wissen, was kostet die Behandlung, dass ich weiß, was auf mich zukommt. Ah, also jetzt, ich bin pensioniert und dann arbeite ich jetzt nicht so viel und dann für die Fußsohlenmassage verlange ich 20 Franken. Oh, das ist aber ein sehr preiswertes Angebot und wie lange dauert so eine Massage? Also die Massage ist selber so für jeden Fuß sieben bis zehn Minuten und dann zehn bis eine vierte Stunde ruhen. Ah. Nicht sofort aufstehen, sondern ruhen, das entspannen und durch das wirkt es dann auch schon, spürt man manchmal schon eine Besserung, eine leichte schon. Da können wenige Leute ruhen. Ja, ruhen. Ja, weil nachher stehen sie auf und dann gehen sie schon. Und Autofahrer wieder und gleich wieder alles weg. Ja, ruhen. Macht sehr viel aus. Und das ist sehr wichtig, ja, ruhen nachher. Also, es ist für jeden erschwinglich, man kann nicht sagen, dass man da jetzt aber Tausende von Franken investieren muss und eine hoch wirksame Methode, die sie vor vielen weiteren Unbill bewahren kann. Wir wissen heute, wenn man diese Dinge immer in der Apotheke zum Beispiel sagt, dann gibt es gleich eine ganze Reihe von irgendwelchen Mitteln, die man dann nehmen soll. Und wie gesagt, wir wissen, der Körper heilt sich selbst. Wir müssen ihm nur die richtigen Informationen geben. Ich hoffe, dass diese Sendung wieder dazu beigetragen hat, dass Ihre Erkenntnisse zum Thema Gesundheit gewachsen sind und Sie eine weitere Möglichkeit gefunden haben. Sollten Sie diese Beschwerden haben, gerade was das Thema der Verdauung betrifft, dann sollten Sie vielleicht die Möglichkeit nutzen, sich über eine Fußsohlenmassage Linderung zu verschaffen. Und wie gesagt, selbst sechs bis acht Massagen führen da nicht zu einem finanziellen Kollaps. Nein, man kann seine Gesundung noch wohlwollend verfolgen und kann sich auch noch ein gutes Essen leisten. Ich sage ganz ganz herzlichen Dank an dich, Rita, dass du mit diesem Thema zu uns gekommen bist. Es war auf jeden Fall eine Bereicherung. Auch ganz herzlichen Dank an dich, Laszlo, dass du der Weiterentwickler oder Mitentwickler in diesem System den Menschen eine weitere Lösung gebracht hast, wo sie ihre Gesundheit wieder erlangen können. Und Ihnen, lieben Zuschauer, wie gesagt, brauche ich nichts mehr hinzuzufügen. Wenn das Sie trifft, bevor Sie einen anderen Weg gehen, versuchen Sie immer die Natur mit einzubeziehen, denn Ihr Körper heilt sich am besten selbst. In diesem Sinne, einen schönen Tag noch, einen tollen Abend und bis zum nächsten Mal. Timetodoshop.ch Hier finden Sie die Produkte der Gäste unserer Sendung. Nahrungsergänzungsmittel, CDs, DVDs, Bücher, Essenzen, Heilsteine, Bilder, Körperpflegeprodukte und vieles mehr. Die Produkte unserer Gäste www.timetodoshop.ch oder Sie bestellen einfach per Bestillhotline. Die Produkte der Gäste unserer Gäste unserer Gäste von der Gäste der Gäste der Gäste. Wir kommen jetzt zu YouG.